Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3144. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich kann mich voll und ganz auf mein Team verlassen. Es steht immer hinter mir. Ich kann mich voll und ganz auf mein Team verlassen. Es steht immer hinter mir. Ich kann mich voll und ganz auf mein Team verlassen. Es steht immer hinter mir. Der Vorschlag gefällt mir. Wir sollten das gleich mit dem Rest des Teams besprechen. Der Vorschlag gefällt mir. Wir sollten das gleich mit dem Rest des Teams besprechen. Der Vorschlag gefällt mir. Wir sollten das gleich mit dem Rest des Teams besprechen. Ich liege auf dem Boden und checke meine E-Mails, denn die Möbel werden erst übermorgen geliefert. Ich liege auf dem Boden und checke meine E-Mails, denn die Möbel werden erst übermorgen geliefert. Ich liege auf dem Boden und checke meine E-Mails, denn die Möbel werden erst übermorgen geliefert. Vor unserer Tür steht ein Korb mit Büchern und Blumen. Vor unserer Tür steht ein Korb mit Büchern und Blumen. Vor unserer Tür steht ein Korb mit Büchern und Blumen. Schauen wir in die Kalender. Es muss einen Termin geben, an dem wir alle drei Zeit haben. Susanne und ich sind die Gründer des Unternehmens. Für Hotelgäste liegen verschiedene Tageszeitungen im Hotel bereit. Für Hotelgäste liegen verschiedene Tageszeitungen im Hotel bereit. Jeden Morgen ab 5 Uhr liegt die Tageszeitung in unserem Briefkasten. Jeden Morgen ab 5 Uhr liegt die Tageszeitung in unserem Briefkasten. Jeden Morgen ab 5 Uhr liegt die Tageszeitung in unserem Briefkasten. Zuerst legst du deinen Kopf auf deine Schienbeine. Dann greifst du deine Füße mit beiden Händen. Zuerst legst du deinen Kopf auf deine Schienbeine. Zuerst legst du deinen Kopf auf deine Schienbeine. Dann greifst du deine Füße mit beiden Händen. Zuerst legst du deinen Kopf auf deine Schienbeine. Siehst du das Schiff da hinten? Ich glaube, das ist ein Containerschiff. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Es hat lange gedauert. Nun ist die Hängematte endlich da. Es ist so gemütlich. Was gibt es heute zum Nachtisch? Hast du noch Sahne im Kühlschrank? Was gibt es heute zum Nachtisch? Hast du noch Sahne im Kühlschrank? Was gibt es heute zum Nachtisch? Hast du noch Sahne im Kühlschrank? Ich bin Tischler. Ich bearbeite ein Brett mit einem Hobel. Ich bin Tischler. Ich bearbeite ein Brett mit einem Hobel. Heute ist es windig. Wir lassen einen Drachen steigen. Heute ist es windig. Wir lassen einen Drachen steigen. Ich habe oft allergische Reaktionen. Ich muss mich noch testen lassen, um zu sehen, wogegen ich allergisch bin. Warum bist du heute so traurig? Ist etwas passiert? Möchtest du mir davon erzählen? Das kann ich jetzt nicht besprechen. Ich habe einen wichtigen Termin. Das kann ich jetzt nicht besprechen. Ich habe einen wichtigen Termin. Ich muss mich beeilen. Das kann ich jetzt nicht besprechen. Wann wird denn hier die Tür geöffnet? Wann wird denn hier die Tür geöffnet? Ich lerne Englisch im Online-Unterricht. Leider funktioniert das Internet nicht immer. Ich lerne Englisch im Online-Unterricht. Leider funktioniert das Internet nicht immer. Endlich habe ich etwas zu essen. Mein Magen knurrt schon. Endlich habe ich etwas zu essen. Mein Magen knurrt schon. Hier ist nichts los. Jetzt habe ich Zeit für ein persönliches Gespräch. Hier ist nichts los. Jetzt habe ich Zeit für ein persönliches Gespräch. Ich arbeite gerne in der telefonischen Kundenberatung, weil die meisten Kunden sehr nett sind. Ich arbeite gerne in der telefonischen Kundenberatung, weil die meisten Kunden sehr nett sind. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich glaube, ich mach dich. Untertitelung des ZDF, 2020